Heute eröffnen wir in der Stadt Bern eine neue Sportanlage. Alle, die Hammer, Discos, Speer, Kugel und Baseball-Sportlerinnen und Sportler sind, können jetzt im Wanktorf das ganze Jahr trainieren. Und die Halle ist ganz besonderes. Sie ist nämlich von aussen nicht sichtbar. Wir haben die Indoor-Anlage in der bestehenden Wanktorf-Sporthalle integrieren. Und das hat einen guten Grund. Der Raum in der Stadt Bern ist knapp und darum setzen wir auch bei unseren Sportanlagen auf multifunktionale Nutzung und Verdächtung. Die Indoor-Anlage für alle Wurf-Sportarten ist ein gelungenes Beispiel dafür.